Ich bin sehr stolz, das Unternehmen von meinem Schwiegervater übernommen zu haben, was mich begeistert. Ich bin aus Begeisterung Unternehmer. Mir macht es enorm Spaß Mitarbeitern und Arbeitsplatz zu schenken und versuche immer meine Mitarbeiter so einzusetzen, dass sie das machen, was sie Spaß machen. Mir ist es im Leben am wichtigsten, das zu machen, was mir Spaß macht. Ich mache das, was mir Spaß macht. Ich beschäftige insgesamt 40 Mitarbeiter am Standort. Im Schauraum haben wir sehr viele Sanitärausstattungen ausgestellt, damit sich die Kunden einfach diese anschauen können und dann die Entscheidung leichter gefällt werden kann, was man wirklich zu Hause einbauen möchte. Wir haben eine eigene Photovoltaikanlage am Dach montiert, eine große Anlage, die man den Kunden auch gerne heizern kann, wo wir auch einen Testbetrieb haben, wo man sieht, wie produktiv diese Anlage ist. Mein persönlicher Antrieb als Unternehmer ist, dass ich zu 100% das mache, was mir Spaß macht. Weil wenn man nämlich das macht, was mir Spaß macht, ist man besser und motivierter wie manch andere. Der Follow-Me-Award. Voten Sie mit! Wählen Sie den Nachfolger des Jahres. Klicken Sie follow-me.nachfolgen.at und bestimmen Sie mit, welcher steirischer Nachfolgebetrieb den Follow-Me-Award gewinnt. Follow-me.nachfolgen.at. Gewinnchance inklusive. Follow-Me ist eine Initiative der Wirtschaftskammer Steiermark, des Wirtschaftsressorts des Landes und der begleitenden Partner.